Aber das könnte ja alles sein, das könnte auch eine Wand sein. Plumpsnagel? Ja, aber war Drina nicht die eine, die wo abkaut ist? Oder war das sogar für ihn? Ja, komm lass uns eine Stunde speichern. Jetzt wollte ich schon Pause trinken. Du, Platz, Frind. Schau, wenn du ein Experte bist und noch eine Gyroskopie guckst. Ja, tschuldigung. Nichols. Ah, ist das Plumpsnagel, was geht ab? Alles klar, Plumpsnagel. Uh, Blitzblender. Blendet ein Ziel. Wenn es um ein Schweifeck oder ein Späherauge handelt, wird es außerdem betäubt und er leitet einen Mal aus von minus 1 W6 auf seine Angriffswürfe. Oh. Oh. Alter, eins kostet 1.152. Waffenlose Angriffe, bla. Gnome erhalten einen Bonus. Überanstrengender Kampf. Klassenaktion. Was macht das? Die körperlichen Grenzen und er leitet 6-36 Staben und Einzug gegen Angriff. Zug durchzuführen und eure Bewegungsreize verdoppeln. Uh. Das ist einerseits schon geil, ne? Aber du könntest dich halt mal, wenn du wirklich das Maximum rausholst von den 36, einfach mal ungefähr die Hälfte der Energie weghauen. Aber irgendwie schon geil. Scheiße. Oh, und der Pfeil der vielen Ziele. Pfeil der Linderung. Zuständen entfernen. AK und Interferenz. Ah. Was kann man dafür hergeben? Was kann man dafür hergeben? Wir haben doch einen Haufen Scheiße. Was ist das da? Ring ohne Edelstein. Kristallkugel. Schattenpilz. Eine Kerche. Gestapelte Handtücher. Handtücher. Ich klinge eine Post auf Kicheln. Achso, das ist für Pixi. Ball, lassen wir mal. Beutel mit Asche. Die Dinger brauchen wir auch alle nicht, ne? Fackel, lassen wir mal eine da. Krümer Zauberstab der Feuerbälle. Acht bis Achtundvierzig? Äh. Du kannst eine Aktion nutzen, um den Feuerballzauber dieses kaputten Zauberstabs zu wirken. Alle Kreaturen in unmittelbarer Nähe müssen einen Geschicklichkeitsrettungswurf ausführen. Scheitert der Wurf, erleidet die Ziele 8-48 Feuerschaden, andernfalls die Hälfte. Ach. Ach du Scheiße. Aber krass. Trotzdem ach du Scheiße. Stoffbäck. Ölflasche. Er schafft ein Brennbar, ölige Oberfläche. Leichenrose. Das für das Gift, ne? Ja komm, scheiß drauf. Tulla, ist das nicht die? Die, wo die eine verlassen hat? Hallo? Ach. Reden. Philomen. Jetzt ist die zufällig. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr sicher, dass du in der Stadt wirst. Ich habe noch nicht gewusst. Ich habe noch nicht gewusst, dass du in der Stadt wirst. Ich habe viel Zeit, um die Worst-Case-Szenarien zu denken, während ich in der Köln, in der Köln, die du in der Moonrise entdeckt hast. Ich habe noch nicht gedacht, dass das so schlecht ist. Die Gondierer haben den Weggebracht, die Gordasch der Weg gebracht, die Möglichkeit, um die Freiheit des Lebensfreundes in der Bölder. Ja klar, sonst wäre ich nicht hier. So gut wie tot, ich habe meine eigenen Gründe, ihn zu töten. Keiner von uns bekommt was wir wollen, bis wir mit unseren größten Obstaklen. Die Steele-Watze sind eine Gefahr zu dir, ich und jeder Mann, Frau und Kind in dieser Stadt. Sie sind alle civilisierte, die die Menschen, aber nur ein Mensch. Wenn er der Grand Duke wird, wird es nur noch schlimmer werden. Die Regeln werden verändern, die Freiheit werden verlassen, und bald, Sie werden verabschieden und verabschieden, bevor Sie sogar ein Verbrechen haben. Warte mal, sind die Gondier? Da ist wohl die Gondier einer Larve, warum gibt ihr den Gondiern die Schuld? Oh. Oh. Sie sind immer glücklich, um ihre Technologie zu den Gondierern, in exchange für eine Stipend, und die Freiheit zu arbeiten. Sie würden die Zara-Vox verabschieden, gegebenen Sie die Chance. Und jetzt werden sie Gortash's Ring besitzen, während die Stadt kreiert. Ich hatte einen Plan, um einen Stopp zu ihnen zu bringen. Aber wie es jetzt sind, wenn wir unsere Hände auf dem Boden legen, die Gondierer sind auf uns, wie Fliege auf Sch***. Was war euer Plan? Was? 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 Vielleicht sind die Gondierer nicht Unterdrücker, sondern Opfer. Die Gondierer haben ihre Seite ausgesucht, während sie von Gortash ausgerufen haben. Wenn sie keine Gäste hatten, hätten sie ihn verabschieden und sterben wie Heroin, in seinem Gesicht zu spüren. Jetzt werden sie sterben wie die Tiere, die sie sind. Überzeugt, gebt mir die Bombe, dann spreche ich die Gießerei. Ich werde mit den Gondiern reden, vielleicht nehmen sie Vernunft dann. Ich finde eine andere Lösung. Ja, dann hau her mit der Lösung. Finger rein. Blumenpulverbombe. Jetzt bin ich zu schwer, weil die Scheißbombe zu schwer ist. Wo ist sie? Da. Also die wiegt halt 16, 50 bis 120 Schaden. Ja, Astarion kann die haben. Draenor, da ist sie. Was ist denn mit Nickers? Ihr Herr scheint, sie... Sie scheint ziemlich beim Unruhig zu sein. Ich weiß nicht. Ich dachte, er würde sich schlafen, nachdem wir ihn entfernt haben. Aber... Es ist etwas anderes hier, das ihn verabschiedet. Ich werde ihn verabschieden. Ich werde euch dabei helfen. Du bist... Exzellent. Mit jemandem wie du an Bord. Sie können nicht verlieren. Wer ist Nickers? Da ist Nickers. Ja, das geschieht immer wieder. Was ist das? Es ist etwas hinter der Stadt. Innerhalb der Röcke. Das, wenn ich die Steine gefragt habe, warum sie schlafen. Es schreit nur. Ich will nach Hause gehen. So. Jetzt soll ich mal, hält der Hund da ein wenig die Schnauze. Was soll ich passieren? Ich kann mit ihr nicht reden. Was soll das? Ich meine, ich sage zwar, wir helfen denen und zerstören das. Aber ob ich es am Ende mache, das werden wir dann sehen, wenn wir drin sind. Am Ende könnten es halt immer noch alle von den Absoluten einfach nur kontrolliert werden. Äh... Da hinten waren wir noch nie, ne? Wo zur Hölle geht es denn da schon wieder hin? Ah, das ist das andere Loch. Gehen wir mal da hoch und decken den Rest da auf. Da sind die Hühnchen. Waren wir da doch schon? Die Erinnerung eines naiven Idioten. Hm. Okay. Also wir waren halt nämlich mal ein Stück drin und haben schon zig Quests gemacht. Oder angefangen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal nochmal ins Lager. Aber man kann ja mit den Leuten immer wieder reden. Ich habe schon mal gelesen, man sollte am besten immer öfter mal ins Lager gehen. Vor allem immer, wenn wieder was passiert ist oder so. Schauen wir mal, was die Karak zu erzählen hat. Hey, soldier. Nyx. You know, ich bin für irgendwas, aber es gibt nichts. Oh. So, Bals chosen is a doppelgänger. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator, playing with her food. Or she fears what you might do. Good. Sie will uns Paralymp machen und Fehler begehen, instead Erfahrung mit Doppelgängern zu haben. Ah. This all begins to ring a little too familiar for my liking. Hm. The last time I fought Doppelgängers, the Balspon Sarevok was using them to subvert the city government. Aid his rise to power. But Orin. Is more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted. Isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. And Gordon by Numbers were free to act rather than react. A little like the old days. With allies every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Oh, she is now as one, the not with the larvae. I would like to hear my good old days. Would you? In time then. Perhaps once you found a rocking chair for me to doze off in. Yeah. Okay. Hahaha. Scheinmal gibt's nicht viel zu erzählen. Und was hast du mir zu erzählen? Men, women, children all barred from entry. A damn travesty. A decade ago. Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the jewel of Baldurin. Führung mit sich. Redenflüchtige können an einen anderen Ort gehen. Eine Stadt, die in eine Krise steckt, darf sich um sich selbst kümmern. Ist das eine neue Vorgehensweise? Da muss Gortash dahinter stecken. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step one, create an army and order it to march on the city. Step two, shut the gates in the name of security. Step three, bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. I met her twice. The first time I was a boy of seven or eight at a banquet in the flaming fist's honor. One lurk and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds. As she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was... different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Hmm. I mean, there's more in this story. Ah fuck, I don't want to destroy him. Oh, it works. Hmm, something's always annoyed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us. But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. It could just be my imagination. But I always felt that it was more than a stroke that had changed her. What though? I couldn't say. But think about this. My father was tadpulled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council is in disarray. To exert control, he must first sow chaos. A tyrant strategy, as father would say. These murderers aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand. And the city is made weaker for it. I brought my own pet. Hmm. I brought my own pet. Coming in... Whose... bead… I'm still... At least... You're a ghost of one Tail. Now... Could make a change of fear? I am still... At least. Doctatic, look out for me. Kann ich da eigentlich rein? Kratzer sucht da hinten wieder was, aber da habe ich keine Lust drauf. Oder will er was bringen? Na gut. Auf in die Stadt. Ist das nicht der eine? Der, der sich so aufgeführt hat? Nee. Fruits, Vegetables, oder? Oh. Oh. Bürger. Da kommt man runter? Aber was macht man dann da? Okay. Hä, dahin gehen macht doch gar keinen Sinn. Oder ist das einfach nur um zu zeigen, man könnte dahin? Was haben wir hier? Warte, wir sind nicht mal in Baldur's Tor, Alter. Scheiße. Wir sind immer noch vor Baldur's Tor. Oh shit, das Spiel ist ja mal richtig schlimm. Was wollt ihr? Ähm. Eine andere Laufbahn einschlagen. Ich hätte für den Anfang einen Tipp für euch. Weniger reden, mehr kämpfen, folgt eurem Träumen und ihr erfahrt es. Oh shit, du bist. Ich werde einfach... ...eine etwas zu schnauern, ich denke. Es wird nicht so schlauern. Es wird nicht so schlauern. Nein, sicherlich nicht. Hammer, run, run, run! Are you scared? Did you wet your pants? Did you? Did you? Äh. Klause zu versuchen ein Bade zu werden? Äh Baba? That's right! You got it! Yay! So how did I do? Are you quicking in your boots with fear? Nicht im geringsten. Ich empfiehle die Honestheit. Oh, oh, well. Das ist das Armin-Board. Was sagt er jetzt? Happy Birthday to you. Bade. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear. Ein Bade? Yep, that's right. Help me out here. Happy Birthday, dear. Und das ist nicht mein Geburtstag. Das war's. Happy Birthday to you. What do you think? Am I a good bard? Oh, I don't have one of those. Balls. Back to the Marming Board then. Bless us with your gentle, no, holy spirit. No, soul. No, spirit. Your powers. Your divine powers. Bade. Was auch immer ihr tut, ich bin sicher. Was macht ihr da? I'm praying. Is that not how it goes? Zu welchem Gott? Was euch das soTSch? Was noch mehr ist? Was noch mehr? Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Du möchtest mich? Oh, ho, glücklicher Tag! Bekommst du, mundaner Meddler! Du stehst in die Domäne eines Meisterspeller! Denn ich bin der größte Wizard! Wizard? W, I, Z... A, Y, R, D, Wizard! Also Magie muss man es sauber nicht buchstabieren. Oh, ho, 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 ho! Oh, whoopsie. Now any fiendish philanthropists? Fickle-Fae-Financiers? Eldritch-Employers? I wanna make a pact! Mein Schutzpartner ist vielleicht noch an Seelen interessiert. Ich lege ein gutes Wort für euch ein. Seid ihr wirklich bereit, ein Hexenmeister zu werden oder Seelen auf ewig zu verkaufen? Meine Seelen? Ich muss meine Seelen geben, um ein Warlock zu werden? Mönch? Ich habe wohl beschlossen, zu versuchen, ein Mönch zu werden. Oh, hi! I... ...didn't see you there. I was in deep meditation, see? Isn't peace and quiet? I'm gonna be the best Mönch there ever was! Ihr könnt kaum Frieden finden, aber wir schon. Ihr? Ihr könnt aus dem Mund nicht halten. Ich weiß es. Ich weiß es. Nava seals his lips, but you feel the pressure of words behind them. The poor thing is straining fit to burst. I can't do it! I have too much to say! You were right! I can't be a monk! I just want to talk! Talking is great! See, you can say words, make friends, tell everyone everything you're thinking and feeling! As he empties himself of his latest slew of thoughts, you take the opportunity to slip away. Hey, er weiß jetzt, was er werden will, oder? Boom! Bet you didn't even see me coming! I'm a shadow. A master of sneakery. A rogue! Nein, seid ihr sicher? Ich seh euch, das seid ihr. Oh, thank goodness. I was worried, I was getting too good at me. And nobody would ever see me again. Hello, hi. Oh, der tut mir echt leid mittlerweile. If not a rogue, then a ranger. I'm great at chasing things down. Hoffentlich freut ihr auf diese endlosen langen Monate auf Jagd. God damn it! Why are so many adventure jobs so lonely? I thought you were supposed to have parties! Perhaps the answer was deep inside me all along. An ancient spark of Arcana? Yes! I was born to be a sorcerer! I can feel it! 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 Deep inside me! Oh, it's coming up! It's coming up! It's coming up! Oh! Oops! Gustin Keston! I can feel it! I can feel it! My liege! I swear to you! An undying oath of absolute devotion! I am but your humble paladin! Nein, danke! Really? But I'm ready to do anything! I can swear a different oath if you like! Go back! These roles sure are restrictive, aren't they? Maybe the adventuring life's just not for me. I really like talking to you. There's not a lot of people that want to talk to me. Now what are we going to talk about, if not the adventuring life? Wait! What if I mix the classes?! Narber, you genius! Oh oh! Möglich ist es geschafft. Wir haben Narber zugehört, bis er keine Fragen mehr hatte. Auftreten eins, Einschüchter minus eins. Amunders absoluten Vertrauens. Und wo ist der jetzt hin? Carmen, Pfennixfuchse. Hi stranger! Thanks for stopping by calms, garms. I'm calm. Well, Carmen. What can I do you for? Alter, ich hatte grad so'n Spacko. Alter, hör mal aufwärts. Das ist ja Wahnsinn. Das klingt gut. Gib dir etwas ein bisschen... fresher, als dein heutiges Outfit. Das war eigentlich nichts Besonderes, oder? Löwenherzgewand. Unedler Hut? Okay. Entfärber. Aber das sind nur männliche Sachen, ne? Kommt das drauf an? Das ist ja auch wirklich so'n Pfeil. Du hast ihn geholfen. Not so'n Pfeil, wenn du das hochkonstrunde gehst. Na, das wäre dann so'. Ne, das wäre doch so. Das ist ja so schön. Was zu tun? Hat die hinten noch was? Die Stahlwächter haben doch 200 Leben. Feuerellen. Faustgei. Warte mal. Sprich, müsst ihr doch ein wenig weniger rein? Oh ja, euer Bruder ist in Gefahr. Ich fand seinen Namen auf der Opferliste eines Serienmörders. Ein Mörder? Das ist... Gott. Ich habe keine Liebe für meinen Bruder, aber das ist extrem. Er hat das nicht verdient. Danke für mich. Aber es ist er, der braucht Warnung. Und er hört niemals an mich. Ihr würdet nicht, wenn ihr ihn wie ich kenne. Seitdem ich Dab stirbt, denkt er, dass er der Kuck der blöden Wark. Aber ich sollte meinen Shop und arbeiten für Familienbusiness. Für ihn? Dick. Vielleicht wird Figaro seine Schwestern sein. Nein, aber euer Vater ist tot. Vielleicht solltest du deinen Nose ausziehen, wo es nicht blöden liegt. Oh, Entschuldigung. Aber wo ist das Ding hin? Du hast gesehen, wie weit ich mich aufhörte. Was war das? Ich kann nicht glauben, dass du einen versucht hast. Du Wahnsinn. Er hat mir gesagt, dass die Armour nicht verliebt. Es war. Es war schwer zu finden. Hör mal da rein. Ein zahler Dantaleon. Warte mal. War der auf der blöden Liste? Warte? War die Warte mal da. Echt? Wenn ich in Chaira sage, dass du mich hier mit Hafnern treffst? Harpers? Ich bin Angst, dass ich eine grubbiger Klasse von Klientel serve als das. Mehr Chancen als Champion, wenn du mein Sinn nehmen. Nein, ich weiß nicht, äh, Jahira, war es? Ich weiß nicht, dass es zu gut schmeckt. Du auch, Eidwader. Okay, ja, du hast das richtige Ort. Aber wo ist die Leifflicker selbst? Anderswohl, doch. Sie vertrauben ja. Sie hätte nicht dieses Ort herausgefunden, sonst wäre es dir einer der rarsten Fähigkeiten, die sie vertraut. Hier ist die Schlüssel. Die anderen sind unten. Und sie haben schlechte Nachrichten, um es zu tun. Ist vorher noch Zeit für eine Handlung? Oh, Pestbringer. Was ist das? Panzeranschuhe des Kriegsmeisters. Die Ziele sind beim Rettungswürfen gegen dein Manöver und Waffenaktionen im Nachteil. Das wär geil für die Ding. LaZell. Hörner des Berserkers. Du hältst einen Bonus von plus 2 auf Angriffswürfen, wenn du Kreaturen angreifst, die bereits Schaden erlitten haben. Blutdurst. Waffenlose Angriffe und Nahkampfangriffe bewirken zusätzlich 2 nekrotischen Schaden, solange deine Gesundheit nicht vollständig ist. In diesem Zug keinen Schaden bewirkst, allein hast du am Ende das... Oh, okay, das hat einen großen Nachteil. Drachentöterpfeile. Aberrationstöten. Aberrationen. Ich hab keine Ahnung, was das sind. Ähm... Tut einen waffenlosen Angriff bewirken zusätzlich an, ist viel Kälteschaden. Träger wird der Umgang aktiviert und Gegner sind bei Angriffswürfen auf dem Träger im Nachteil. Dieser Fakt hält an, bis der Träger Schaden erleidet. Ja, ich ziehe aber 8-16 ab, ne, da bin ich schon stärker. Also geile Sachen hat er nicht. Pass auf. Was ist da? 2.880, alter. Achso. Die blöden Sandalen können weg. Die können auch mal die normalen Waffen loswerden, ne. Und ich weiß auch gar nicht, für was ich die Steine und so nutzen kann. Das kann weg. Zarte Schuhe. Selonitenrobe. Würde ich gerne ein Ding geben, aber... Königsmesser. Herz. Seloniten-Amulett. Ah, irgendwie will ich's behalten. Reiseführer sobald du das Tor... Ich muss mal schauen, ob er die überhaupt für irgendwas nehmen kann. Ey komm, der Knüppel kann eigentlich auch weg. Und das Gienki-Langschwert sowieso... Pflege des Mörkel. Brauchen wir auch bloß maximal ein. Leuchtender Shell-Knüppel, dann lassen wir auch mal. Die Dinger können wir mal lassen. Haben wir mit ihm überhaupt noch irgendwelche normalen Waffen? Eher weniger, ne. Weibergift müssen wir mal schauen. Frostbund-Eismesser. Boah, ich will diese ganzen Sachen ja mal nicht verkaufen, ne. Künstlicher Edel. Zauberlats-Regeneration. Wobei das wahrscheinlich gut ist. Ein verbrauchten Zauberlats eines beliebigen Grades. Lange Rast. Das ist ne Bonus-Aktion. Elixiere, Arcane-Kultivierung. Alter, 228 ist schon viel. Was hat er das denn eigentlich für Handschuhe? Das ist das alles für Feuer-Schaden. Am hoffenlosen Angriff bewirken sie es. Alles für nekrotischen Schaden. Möglicherweise Blut-Hongrengung. So für Stärke 1. Mhmmm. Ne, es ist es eigentlich nicht wert. Ihr Vater, bläst... Droid-Zombie, Sie sind auf der Tür, bis unsere Freunde sind weg. Gott verabschiedet, wir machen heute nichts anderes. Ah, da ist die eine. Du bist nicht Chihira. Ich... Ich habe es gehofft, den hohen Halper hinter Salunas Tränen zu grünen. Du hast den Mann ein bisschen nervös. Du bist derjenige, der Ketheric in den Schädel, nicht wahr? Geraldas ist nicht nervös, er ist erschrocken. Und er benutzt Salunas Tränen als eine Art Kode. Geil, also ihr müsst einfach sagen, was ihr meint. Warum hat er solche Angst vor euch? Geraldas. Ihr spoilt Orens Surprise. Ich werde euch für das leben bringen. Aber nicht du. Also die Hafener sind alle tot, oder was? fröhliche Musik Ich schw ilslara. Alter Tja Also wie die alle diese Feuerpfeile benutzen, diese Arschlöcher Hat meine das gekontert? Tja 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 Nein, nein, oh, die Kamera in dem Spiel ist zum Teil echter Scheiße, richtiger Dreck. Fuck, erwische ich nicht. Und was hat jetzt das gerissen? Außer das ich kalt mache. Warte, ich kann nur einmal angreifen, warum? Warte, ich bin. Warte, ich bin. Begebe ich. Mehr von Orens' doppelgängern. Wie viele hat sie gebracht von Baal? es ist kein dank nötig seid ihr verletzt ja ich bin hier um zu helfen oh thank the gods you're the first friendly face i've seen in days old danthelon included the others they're all dead or scattered jaheira sent word of the victory over cetherick set us hunting after the cultists in the city but they were the ones hunting us things were quiet until we started to ask about the rashimah rashimah a native of rashimah the far eastern land known for its wild inhabitants and the witches who rule them i the high harper didn't tell you perhaps it's not my place just tell her this i can't continue the hunt whatever the cult has done with the rashimah they do not want him found oh scheinbar ist auch nichts geiles dabei tötungsbefehl die hafener gesicht gesichter nicht mehr lange tragen müssen orion hat den befehl erteilt tötet die alte die vorher wie ihr kleinen soldaten gestorben sind hebt einen büschel haare eine sehne auf wenn möglich die auswählen könnten eine eine harfe bespannen was ist denn das da wer war denn da eingesperrt oh warte da ist eine kiste tja die anderen haben einen ziemlichen abflug gemacht hehehehehe tja die 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 Verhandlungen? Unsere Hafen haben sich mördische Gewaltwandel entpuppt. Das war alles keine weiteren Fragen. Okay. Wow. Da denkst du einmal, du kannst dich mit Verbündeten, dann treffen wir uns schon, ist alles wieder im Arsch. Wir sagen, was in der Zuflucht der Hafner geschehen ist. Ha, Oren kennt die Hunde. In einem Schuss hat sie die Harker über unsere Rechte geschehen. Sie entfernt uns aus unserer Rechte. Bis wir wissen, wer die falschen Begründeten sind, können wir niemanden über uns selbst glauben. Wer ist dieser Raschemer, nachdem eure Hafner gesucht haben? Schade von mir. Redoublet, weil ich dir nicht alles später erzählte. Schade von mir. Was kennst du von einem Mann, der Name Minsk of Rashman? Der Name ist so kennengelernt als Jahirahs eigen. Ein Hörer der Zeit der Probleme, der die Stadt mehr als einmal geschaut hat. Er hat eine Zeit mit euch gereist. Minsk erfrückte Raschemer, ist eine Legende. Er ist größer als die Legende, ich versuche dir. Ha, ha, zweit so laut, auch. Minsk ist ein alter Freund. Vielleicht mein älter Freund. Wir kämpften an einem anderen Begründeten, manchmal übernommen. Und das letzte Mal, als ich ihn sah, habe ich ihn zu sterben. Was ist passiert? Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seat of this plot. A circle of cultists with mind flares in their midst. We might have ended it there. Cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun. Dragged down beneath a mass of tentacles. I had the choice. Stay, and let the word of this cult die with us, or leave him. And live to fight another day. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry. Because I mean to use you. If you're willing. Infection. Indoctrination. Eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help? Perhaps it need not be minced either. So simply as that? For no other reason than that I asked? Hm. Perhaps you two will get along. Oh, the point is moot without the means to find him. Without the Harpers we shall have to find another path. I have a better idea of what that is once we through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damn city. You will have to start with the camp. You will have to start with the camp. And you will have to start with so many questions. And you will have to start with so many questions and thoughts. You will have to start with the text, To you have to start with what you want. And then you will just do just well. So I still want to dig into it. Just commit in the city. And so, make yourself a mistake. In the two things I started with, habe ich nicht mehr einen Ansatzweise das wieder gefunden, was ich eigentlich am Anfang machen wollte. Oder was ich das letzte Mal gemacht habe. Beim zweiten Mal war ich, glaube ich, in irgendeinem Zirkus oder so. Keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus. Untertitelung des ZDF, 2020